hi leute ich bin wieder zurück mit next car game und ja die letzte ausgabe hatte ich ja den derby modus im stadion gezeigt ist ordentlich ab schön viel zerstörung aber jetzt gibt es ja noch die normalen rennen die sozusagen rundstrecken rennen und ja da geht es aber auch ordentlich ab sage ich euch aber es werde ja jetzt sehen da liegt dann auch liegen auch die reifen kreuz und quer von der streckenbegrenzung und man kann die holzplanken kaputt fahren kann sogar die brückenpfeiler kaputt fahren ich habe jetzt nicht probiert wenn man alle kaputt fährt ob denn die brücke einstürzt das wäre irgendwie geil soja die startaufstellung wie immer als letzter am start und ab geht's schon so jetzt müssen wir uns erst mal gucken ob man hier gut durchkommt und jetzt halt schon ab ja man sieht was hier abgeht vor einem alter gehen ja aus dem weg wo kann ich dagegen fahren so herr gut dort hat man schon links und das war so geil wie das ja alles kaputt macht und rechts geht's auch kaputt es ist schon irgendwie geil wenn das spiel dann fertig ist mit dem ganzen inhalten die physik wird ja auch noch verbessert das ist ja noch längst nicht alles dann ist es schon übelst geil so jetzt noch ein bisschen konzentrieren hier weil letzter möchte ich jetzt nicht unbedingt hier im video während das ja etwas peinlich aber muss sagen es ist echt nicht so einfach zu fahren nicht neben die strecke springen geht noch so wie sieht es aus hinter mir steht wieder einer was mache ich denn hier naja aber ich bin noch nicht so weit weg ja das ist gut dass die autos dann in der strecke stehen bleiben und alles schon am streckenrand oder mitunter sogar mitten auf der strecke ist echt irgendwie cool cool gemacht ja hier heißt es halt schön driften das ist geil mit den reifen irgendwie komm 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 vorbei geh vorbei ah fuck nein er hat auch übel Probleme vor mir das Auto nicht mehr unter Kontrolle also er hat es fast ab das ist noch mal abgefangen der Typ da ist 18 da kommt schon dort vorne noch rankommen aber wir sind schon in der letzten Runde leider gehen ja nur drei Runden jetzt ist die lange Kurve hier ja einer noch siebzehnter sechzehnter sogar oh je je naja ich denke mal bestimmt nicht mehr noch jemand hinter mir naja ja sechzehnter Platz viel mehr war nicht drin aber die viel Zeit sonst bin ich immer um die drei Minuten gefahren 2.44 jetzt ist gar nicht mal das schlechteste gut dann zeige ich noch mal kurz ein Rennen auf Asphalt nimmt sich eigentlich nicht viel so hier kann man ja bei Change Parts die Reifen zum Beispiel entern Tarmacast tue ich jetzt machen und noch einen stärkenden Endmotor aber ich bleibe jetzt erstmal dabei ja hier später gibt es noch Repair Car Forschung Car Info Test Drive verkaufen also man kann dann wahrscheinlich Autos kaufen und alles hier oben steht ja rechts Credits auf Credits Erfahrungspunkte und alles Markets ja ich bin gespannt was da noch so alles kommt ich habe jetzt auch nicht genau wenn ich das nächste Mal ein Video mache ich werde vorher mal in die Features nachgeschaut haben und werde es noch mal genauer genauer sagen was es dann soll es gibt so jetzt nochmal Arrays Tarmac 24 Ks natürlich muss ja zur Sache gehen und ja guck mal so so Upgate So Engel Alter, haut ab von meinen Ja, innen durch Geh weg Ja genau, hier ist es mit den Brücken Oder mit der Brücke 11. Platz bin ich, geil Oh nein, zu früh eingelenkt Ach da, ja Also hier kann man fahren wie man will, hier gibt es noch keine Oder gibt es keine Strafen und nix Ist das coole Boah, alter Du Wichser, ey Ist das geil Ah, jetzt holt wieder auf Sehr schön, siebter Alter, guck dir das dort hinten an Und vorne genauso Oh, weg mit dir Scheiße Alter, alter Das geht ja echt schön ab Das ist echt geil Also, was hier an Action geboten wird In einem Motorrennspiel Das ist schon echt Das ist geil Mit dem Schadensmodell noch dazu Also Man sieht auch hier Ach, das ist so geil wie das Zeug abbröckelt Oh, oh, oh Mein Motor und alles Und hinten links Das sieht nicht wirklich gut aus Oh mein Gott Alter, mein Wagen Critical Damage, das war klar Oh, falsche Taste Oh, guck dir das hier vorne an So, Hammer Oh, mein Auto klingt Nicht mehr gut Mein Motor ist schwarz Nach einer Runde Muss ich durchschalten Irgendwie Alter, das Schlachtfeld Guck dir das Schlachtfeld an Alter, nein Ich bin kaputt Scheiße Scheiße Aber es ist Das sieht so geil aus Das sieht so geil aus Also, das war Mal kurz die Rennen Die es bisher erst gibt Leider gibt es noch nicht so viel Aber wie gesagt Das ist die erste Alpha-Version Sozusagen von Next Car Game Gibt noch ein anderes Auto Was man fahren kann Gut, das werde ich vielleicht Nächstes Mal Beim nächsten Video Noch mal fahren Dann mache ich noch mal Ein gemischtes Video Mit der Abion Und noch mal ein Rennen Mit dem Mit dem amerikanischen Auto Die sind auch Ist auch etwas schneller Soweit ich weiß Ja Aber gut Das war's fürs erste Mit Next Car Game Ein Video mache ich Auf jeden Fall erstmal noch Und dann denke ich mal Ich werde das mal abwarten Bis es neue Features gibt Bis zur nächsten Ausgabe Ciao